die ganzen toten schafe man kriegt übrigens mehr xp wenn ihr die fangt als sie zu töten und dann kann man ja ein bisschen weiter ziehen wo es dann ein paar stellen gibt für eine gute basis die brühe habt ihr schon, oder? wie bitte? die statuette steine und fasern rollen auch da kann ich nicht so ich sollte vielleicht noch mal irgendwas lernen einerseits ist es voll süß andererseits liebe ich es zu viel zu verslafen das wird langsam wieder teig das wird langsam wieder teig die monster müssen sehen dass menschen hier sind wir tun nur das was einfach menschlich ist aber es sieht doch irgendwie echt schön aus muss ich sagen die welt ist echt schön designt auch gerade wenn du in die anderen biome kommst finde ich glaub ich aber wenn ich schon hier in die ferne gucke sieht es halt mega süß aus süß vor allem ich schleppe zu viel mit los ähm darf ich ein bisschen spoilern nee schade also irgendwie beim bauen merke ich das doch kleine lags sind also beim abbauen ok kann aber auch an mir liegen weil ich halt eben ein bisschen weiter weg bin von euch eventuell aber aber ist es sehr beeinträchtigend oder? ne ne das ist halt eben normalerweise würde das zeug direkt bei mir im inventar landen so fällt es halt eben erst raus ich sehe es dass es da liegt und dann kommt es halt eben ins inventar na ok das ist halt eben kein super großer A aber es ist halt eben kein super großer A aber es ist halt eben kein super großer A aber es ist halt eben kein super großer A ich gehe jetzt einfach mal den Weg des Crafters ok ok ich gehe voll in Arbeitstempo und äh Gewicht ok gut sollen doch die Poles machen wie bitte? was hast du gesagt Sky? sollen doch die Poles machen ja aber am Anfang brauchst du den Scheiß halt eben selber aber es sind zwei von denen da unten uuuuuh denkst du hier schon ein Feuervieh oder? hmm gut ich Sky weiß halt was er tut Ich will n ich will Nacht haben hmm ich will n Depresso haben was siehst du da an wenn es Zeit ist Hier oben ist übrigens noch ein Ei, wenn jemand ein Ei haben will. Nein, ich bin bis komplett runtergefallen. Scheibenkleister. Okay, die sind beide scheiße, oder? Kurze Frage, verlieren wir alle unser Zeug? Ja. Ich werde sterben. Hahaha. Hahaha. Ja. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Entertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Moyniere,green JUDYGES 200,ittle après飲みеры, 2020 Ah! Ein grüner Affe. Ein grüner Affe. Ein grüner Affe. Ein grüner Affe. Was ist das? Nein, das war wie... Alter, ich kann das natürlich abschätzen, wenn wirklich der letzte Heap gemacht werden soll. Also hier unten oder wo oder wann oder wer oder weiß. Ja gut, aber die stört ja nicht wirklich. Und das Holz respawnt genauso. Okay. Ja gut, dafür haben wir Tiere. Soll ich die Polebox, wo soll ich denn die aufstellen? Okay, ich seh den Radius über. Okay. Oh, ich stehe da, such dir eine flache Stelle um das aufzubauen. Okay. Let's see. Okay. 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 Okay.